Und erzähl keinem, dass du so viel Geld bei dir hast, hörst du, Emil? Doch, ich halte es jedem unter die Nase. Wenn es nur nicht herausfällt. Hier ist eine Stecknadel, komm mal her. Au! Du musst die Stecknadel durch die Scheine und den Brief im Schlag stecken. 18.12 Uhr kommst du am Bahnhof Friedrichstraße an, steigt ja nicht früher aus, hast du verstanden? Keine Bange, Frau Tischbein. Und verliere das Geld nicht. Nein, nein. Sie sind so lieb und passen ein wenig auf ihn auf, ja? Aber sicher. Brauchst du Hilfe? Ja, ich beobachte einen Dieb. Wen hat er denn geklaut? Mich im Zug. Ist ja irre. Da drüben sitzt er. Und was willst du nun anfangen? Wie wärst, wenn du noch ein paar Freunde von dir herholst? Klasse, das mach ich. Das Wichtigste zuerst, es besteht die Möglichkeit, dass wir uns bei der Bevölkerung trennen müssen. Für Hilfe benötigt du einfach Verdienstvergang. Krummigel, mach mal ein paar Fotos. Nimm Ingo und Lotte mit. Passt aber auf, dass er nichts merkt. Achtung, er geht! Hier bei Dienstag? Wo seid ihr? Freilich Bühne Nettelstedt? Okay. Die Belagerung beginnt um 16 Uhr.